Wenn ich mir Interviews anschaue mit sogenannten Finanzexperten, dann bin ich teilweise schockiert, mit was für einer Überzeugung manche die aktuelle Situation einschätzen. Also wie wenn sie eine Glaskugel hätten und schon vor 10 Jahren die aktuelle Situation gesehen haben. Jetzt ich muss zugeben, ich persönlich habe keine Glaskugel, aber trotzdem ist es natürlich wichtig für die eigenen Investments, dass man zumindest grob die aktuelle Marktsituation einschätzen kann. Und eine Frage, die ich mir jetzt in der letzten Zeit gestellt habe, ist die Frage, ab wann kommen wir tatsächlich in die Phase, wo die ganzen Altcoins wie der Bitcoin nachhaltig outperformen werden? Oder anders ausgedrückt, wann wird tatsächlich die Bitcoin-Dominanz seinen Top finden? Weil wir haben jetzt zwar in den letzten paar Wochen und Monaten hin und wieder eine Altcoin-Rally gesehen, wie beispielsweise hier, hier, hier und hier. Aber wenn man ehrlich ist, dann waren das eigentlich nur Korrekturen von der Bitcoin-Dominanz, bevor dann Bitcoin noch höher ging und die Altcoins wieder outperformt hat. Deshalb werden wir heute mal gemeinsam die Vergangenheit analysieren, um einerseits festzustellen, was wir daraus tatsächlich lernen können und natürlich auch andererseits, welches Szenario tatsächlich am wahrscheinlichsten ist. Das heißt nicht, dass wir uns anschauen, was für mein eigenes Portfolio am besten wäre, sondern tatsächlich das, was die Zahlen, Daten, Fakten einfach nahelegen, was am realistischsten ist. Zum Schluss werde ich dir auch noch meine eigene Einschätzung geben und kleiner Spoiler alert an der Stelle, das ist wahrscheinlich nicht das, was die allermeisten Leute hören wollen. Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance inklusive auch verschiedenen Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video kommt meine sehr nüchterne, datenbasierte Analyse, gerade was die Vergangenheit von Bitcoin angeht, im Verhältnis zu den ganzen Altcoins. Lass uns auch mal beginnen bei der Bitcoin-Dominanz, die im Wesentlichen widerspiegelt, wie viel Bitcoin von der gesamten Marktkapitalisierung ausmacht. Und da siehst du beispielsweise, dass im letzten Zyklus, also 2021, die Bitcoin-Dominanz hier seinen Peak gefunden hat, bei über 70% und noch vor seinem Harving-Event. Das heißt, hättest du jetzt beispielsweise im letzten Zyklus vor dem Harving-Event noch von Bitcoins in die Altcoins umgeschichtet, dann hast du langfristig gesehen definitiv Plus gemacht, weil du hier siehst, dass die Bitcoin-Dominanz, auch wenn sie hier nochmal kurz angestiegen ist, danach ziemlich rapide gefallen ist und den ganzen Altcoins Bitcoin in diesem Zeitraum stark outperformt haben. Aktuell haben wir die Situation, dass es bis zum nächsten Harving-Event noch ungefähr 5 Monate dauert. Das heißt, sollte sich tatsächlich die Vergangenheit wiederholen im letzten Zyklus, dann wäre das eigentlich irgendein Indiz dafür, dass Stand heute schon ein guter Zeitpunkt ist, seine Bitcoins schrittweise in Altcoins umzuschichten, weil er hier die Bitcoin-Dominanz schon vor dem Harving seinen Peak gefunden hat. Wenn man sich allerdings noch andere Indikatoren anschaut, dann sieht das ganze Bild schon ein bisschen ernüchternd aus. Hier siehst du beispielsweise den Chart mit der Bitcoin-Dominanz und noch zusätzlich dem Leitzins der FED. Und wie du hier siehst, war es im letzten Zyklus so, dass die Bitcoin-Dominanz erst dann seinen Peak erreicht hat, nachdem die FED zum allerersten Mal hier die Zinsen gekürzt hat. Und davor war es der Fall, dass Bitcoin die ganzen Altcoins outperformt hat und danach haben grundsätzlich die ganzen Altcoins Bitcoin outperformt. Jetzt aktuell haben wir die Situation, dass die FED die Zinsen noch gar nicht gekürzt hat. Das heißt, das wäre eher ein Indiz dafür, dass die Bitcoin-Dominanz weiter ansteigt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die FED tatsächlich irgendwann mal die Zinsen senkt. Rein rational betrachtet würde ich auch eigentlich sagen, dass es Sinn ergibt, weil solange die FED noch Quantitative Tightening betreibt, das heißt die Geldmenge reduziert, ja da haben sie im Allgemeinen die Risk-On-Assets und insbesondere Altcoins im Vergleich zu Bitcoin unglaublich schwer. Aber sobald dann wieder eine, ich sag mal, etwas lockere Geldpolitik kommt, wo dann die Zinsen gesenkt werden und gleichzeitig wieder Geld gedruckt wird, ja da werden solche Assets umso attraktiver. Jetzt, wenn wir uns dazu mal die aktuelle Markteinschätzung anschauen, dann sehen wir hier, dass die erste Zinssinkung erst im Juni 2024 erwartet wird. Das heißt von heute noch ungefähr 6 Monate in der Zeit, wo dann höchstwahrscheinlich die Bitcoin-Dominanz weiter ansteigen könnte. Rein rational gesehen ergibt auch das für mich persönlich Sinn, weil wenn wir uns mal hier beispielsweise die Kornflation anschauen, die derzeit immer noch bei über 4% ist und wir wissen, die FED hat als Ziel 2%. Naja, warum sollten die Stand heute schon die Zinsen senken? Vor allem auch, wenn man sich die Arbeitslosenquote anschaut, die derzeit immer noch im Rahmen ist. Ein weiterer Indikator, den wir uns anschauen können, sind die sogenannten Logarithmic Regression Trendlines, also hier diese grünen Linien vom gesamten Crypto-Market-Cap. Wenn du dir mal hier die Vergangenheit ein bisschen genau anschaust, dann war es bisher in jedem Einzelzyklus so, dass wir hier die obere Linie erreicht haben, genauso auch wie hier die untere Linie. Und historisch betrachtet war es so, dass die Altcoins bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir die untere Linie hier erreicht haben, Bitcoin underperformed haben und danach grundsätzlich outperformed haben. Auch im letzten Zyklus war es so, dass hier in dieser Phase Bitcoin die ganzen Altcoins outperformed hat, bevor wir dann hier diese grüne Trendlinie erreicht haben und danach grundsätzlich die Altcoins wieder Bitcoin outperformed haben. Jetzt in diesem Zyklus haben wir den Fall, dass wir die untere Trendlinie noch gar nicht berührt haben. Das heißt, laut diesem Modell, also sofern sich natürlich hier die Vergangenheit wiederholt, würde das eigentlich mehr dafür sprechen, dass jetzt noch weiter Bitcoin die ganzen Altcoins outperformed, bevor dann wieder das Umgekehrte stattfindet. By the way, ins heutige Video ist einiges an Arbeit reingeflossen. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest, würde ich mich definitiv über einen Like freuen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die Indikatoren anschauen, die tatsächlich dafür sprechen, dass wir eine nachhaltige Rallye bei Altcoins sehen, dann sind von allen Indikatoren, die wir gerade identifiziert haben, ist nur einer davon bisher eingetreten. Und zwar, dass wir uns derzeit noch vor dem Harving Event befinden. Allerdings, die Zinssenkung der FED, die hat noch nicht stattgefunden. Und wir haben auch nach wie vor nicht diese Lower Regression Trendline erreicht. Und das würde dann bedeuten, rein faktisch gesehen, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, dass wir aktuell noch eher in der Phase sind, wo Bitcoins weiterhin die Altcoins outperformt. Mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich nicht das ist, was du hören möchtest, sofern du heute schon stark in Altcoins investiert bist oder noch stark in Altcoins investiert bist. Deshalb möchte ich nochmal betonen, das ist nicht das Szenario, was ich mir persönlich wünsche, sondern das, was aufgrund von historischen Daten tatsächlich am wahrscheinlichsten ist. Deshalb lasst uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was tatsächlich passieren müsste, damit diese These falsch ist. Damit es nicht zu diesem Szenario kommt, müsste im Wesentlichen ein Event passieren, was dazu führt, dass die FED die Zinsen viel früher sinkt. Wie beispielsweise, dass sich die Arbeitslosenquote stark erhöht oder auch beispielsweise, dass irgendwelche weiteren Banken kollabieren, gerade eine größere Bank. Oder auch beispielsweise irgendwelche Black Swan Events, wie ein plötzlicher Dritter Weltkrieg oder irgendwie sowas, was dazu führt, dass dann die FED übergeht von Quantitative Tightening zu Quantitative Easing, also dass sie wieder Geld drucken. Weil das hätte dann zur Folge, dass die ganzen Risk-On-Assets und insbesondere Altcoins dann höchstwahrscheinlich wieder Bitcoin outperformen. Sollte es allerdings zu keinem von diesen Events kommen und die FED macht weiter so wie bisher, dann spricht rein faktisch gesehen eher mehr dafür, dass die Bitcoin-Dominanz weiter ansteigt und die Altcoins im Vergleich zu Bitcoin underperformen. Jetzt die guten Nachrichten sind, sofern du beispielsweise mal ein Newsletter liest, dann weißt du, dass ziemlich viel dafür spricht, dass wir die nächste Rezession sehen, die auch höchstwahrscheinlich mit einem rezessiven Crash einhergeht. Historisch betrachtet war es allerdings relativ oft so, dass wir tatsächlich eine Rallye gesehen haben in die Rezession. Und das erkennst du auch beispielsweise im Aktienmarkt, wo wir noch ein bisschen mehr Daten haben, die wir heranziehen können. Hier siehst du beispielsweise das Chart vom S&P 500 und noch zusätzlich der FED-Fundrate, also dem Leitzins. Und wie du auch hier siehst, war es dann erst der Fall, dass der S&P 500 dann seinen Peak gefunden hat, wo die FED tatsächlich die Zinsen gesenkt hat, bevor es dann zu einer ziemlich starken Korrektur beziehungsweise einem Crash kam. Und aktuell haben wir die Situation, dass die FED noch nicht die Zinsen gesenkt hat und höchstwahrscheinlich erst in mehreren Monaten tun wird. Das heißt, noch mehrere Monate Luft für beispielsweise den Aktienmarkt, genauso wie für den Kryptomarkt, noch weiter höher zu gehen, bevor dann tatsächlich dieser rezessive Crash kam. Und auch wenn ich mir unschlüssig bin, ob man das Stand heute an einem Bullrun nennen kann, wir sind aus meiner Sicht definitiv am Ende von einem Bärmarkt, was du auch beispielsweise daran erkennen kannst, dass ich vor kurzem eine Umfrage gemacht habe, wo ich gefragt habe, sind wir derzeit schon in einem Bullrun, wo ganze zwei Drittel meinten Nein und ein Drittel Ja, also das ganz klassische Disbelief, bevor dann hier tatsächlich der nächste Bullrun beginnt. Und das ist auch im Wesentlichen meine persönliche Einschätzung. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir am Ende von einem Bärmarkt sind, wo es historisch betrachtet nach wie vor so ist, dass Bitcoin den Großteil der Altcoins outperformt, bevor dann irgendwann mal der eigentliche Bullrun beginnt und die ganzen Altcoins wieder Bitcoin outperformen. Jetzt solltest du Stand heute noch underexposed sein, was deine Kryptoposition angeht, dann würde ich persönlich auf keinen Fall jetzt irgendwie wegen FOMO den Preis in den da herrennen, sondern ich würde Stand heute mit einem Plan machen, wo du noch einigermaßen klar denken kannst, rational denken kannst, bevor dann irgendwann mal einfach die Gier, das Hirn frisst und diesen Plan einfach komplett emotionslos durchziehen. Und sollte sich tatsächlich die Vergangenheit wiederholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir tatsächlich noch in diesem Zyklus einen rezessiven Crash sehen, was höchstwahrscheinlich auch die mit Abstand größte Investitionsmöglichkeit wird, die wir in den nächsten paar Jahren sehen werden. Bis zum nächsten Mal.